Wie ist es für mich, wenn ich morgens im AirPrinz in mein Büro gehe, ist es mittlerweile wie ein zweites Zuhause für mich. Viele Kolleginnen und Kollegen kennt man sehr gut, da sie ebenfalls schon lange dabei sind. Es ist alles wie eine große Familie. Natürlich erleichtert es auch die Zusammenarbeit. Im Team ist man eingespielt und man weiß, wie man sich gegenseitig unterstützen bzw. wie man gut zusammenarbeiten kann. Mein Name ist Helga Weingärtner und ich würde mich freuen, wenn es auch euer zweites Zuhause werden würde.